BASCHKRAFTERGIRL Hallo zusammen, hier ist der BASCHKRAFTERWACKER Ich habe die ganz letzte Woche YouTube-Videos geschaut und habe gesehen, dass die Videos von diesen BASCHKRAFTERGIRL sehr erfolgreich sind. Ich zack mir den ein wenig durch und hoffe, dass sie nachgedacht von hier oder in Ausschnitte sieht. Das kann ich doch auch. Gehen wir zusammen BASCHKRAFTERGIRL! Ich habe jetzt ein wenig heiss bekommen vom BASCHKRAFTERGIRL und jetzt habe ich das BACONÈ Oh, ist das cool! Ich habe jetzt meine mega scharfe Grenze vor den Autoradsstörer genommen, das gar nicht etwas Holz hacken, damit sich nachher schön warm wird. Vielen Dank. So ihr geile Böcke, wenn ich euch erzähle, dass ich heute Nacht alleine hier raus übernachte und als Girl werden zu, dann würdet ihr euch das Video tausendmal liken, aber das ist nur der Baschkräfte weg. Bis zum nächsten Mal, tschau zäme! Scheisse, jetzt muss ich mich noch umziehen, so kann ich nicht raus, sonst wird ich noch vergewaltigt vom Förster.